Explosionen echoen throughout the capital. For now, Ukraine is under attack and calling on international help. Many people are going underground, taking shelter. Niemand ahnte etwas. Es war völlig unerwartet. Milana wachte vom Lärm auf und fragte, Oma, ist Krieg? Ich antwortete, nein. Unser Gebäude hatte einen Keller. Ich brachte ihr Essen nach unten. Ich zog ihr warme Kleidung an. Wo hätten wir hinlaufen können? Ich erinnere mich. All journeys now lead west. In days, the lives of millions upended. Almost two million people have left the country. At least 165,000 people have crossed into Slovakia. Nearly all here mothers and their children. Vielen Dank.